Hallo zusammen, ich bin Ophelia Kenney, eure Kandidatin Nummer 4 zum Miss Nappy Germany 2020. Ich bin 24 Jahre alt, komme ursprünglich aus Kamerun, in Deutschland seit ungefähr fünf Jahren und ich wohne in Köln. Warum will ich eigentlich Miss Nappy Germany werden? Einfach auf dem Grund, dass ich viele Frauen wie möglich sensibilisieren möchte, ihre Afrohaare gut zu behandeln oder einfach wieder natürlich zu sein und Stop Extension. Ich beabsichtige vier Workshops insgesamt für das Jahr 2021 zu organisieren und in diesem Workshop wird es darum gehen, ZIP auszutauschen und zum Beispiel Fragen zu beantworten. Welches Shampoo soll ich für meine Haare benutzen? Welche Maske? Wie kann ich meine Haare gut waschen? Also es wird um vieles Thematik gehen und wir werden versuchen so viele Fragen wie möglich beantworten zu können und auch gemeinsam auszutauschen über das Thema Nappy. Weil ich eigentlich nicht so viel Erfahrung habe, ich bin seit nur 2017 Nappy. Deswegen habe ich mir ausgedacht, wie wäre es zum Beispiel mit Firmen, die Afrohaare Produkte erstellen, in Verbindung zu setzen zum Beispiel. Und diese Firmen können an unserem Workshop teilnehmen und sie werden einfach uns viele ZIP genau über die Produkte geben. Sie werden uns genau erklären, wie man die Produkte benutzen sollte und wir werden auch so viel über diese Firmen erfahren und viel von hart, also wir werden so viel davon profitieren. Und meine Zielgruppe wäre ja die afrikanische Frauen aus Köln, weil ich gerade in Köln bin. Und ja, das wäre eigentlich mein Projekt für das Jahr 2021. Ich bedanke mich so sehr an alle, die mir bisher unterstützt haben. Ich danke euch. Ich liebe euch. Ich wünsche euch auch einen guten Rutsch in das neue Jahr und bleibt gesund. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.